Oh shit! Oh shit! Oh no! Oh shit! So, ey, ganz ehrlich, als ich dich gefragt habe, sollen wir heute auch Memes schauen und meintest du erstmal, du kennst Memes gar nicht? Du bist gar nicht in diesem Meme-Game drin? Also, nicht wirklich. Also, zum Beispiel Poggers wusste ich, das heißt jetzt so, es ist eine andere Art von coolen. Was? Willkommen auf dem Kanal 131216, der auf jeden Fall auch einer meiner Lieblingskanäle ist, weil er immer sehr, sehr, sehr aktuell ist mit seinen Videos. Dürfen wir auch lachen oder machen wir so eine Nicht-Lachen-Challenge? Nee, aber du kannst sagen, wie viele Katzen stellst du dir vor, dass vorkommen werden in diesem Video? Stimmt 30. 30? 30! Okay, ich sag 15. Oh mein Gott! Manchmal sind auch Fels drin. Jetzt geht's los. Oh, erste Katze. Eine Katze zählt mit. Oh, zweite Katze. Boah! Hat es geklatscht. Einfach Siblings. Einfach Geschwister unter sich. Auf die Fresse hauen. Einfach eine kleine Respektschelle. Muss auch manchmal sein. Auch unter Katzen. Ey, Katzen sind eh so Biester. Ja, ich hab voll Angst vor Katzen. Katzen schlagen mich immer. Also ich hab wirklich Angst vor Katzen. Du hast keine Katzen? Nee. Aha. Du? Nee. Nein, die arme Schlange einfach. Wie süß die war. Einfach Kopf genommen. Das war die vierte Katze, by the way. Also du merkst, die Videos sind sehr random. Was haben die gerade für eine Wirkung auf dich? Totally random. Okay, ja. So heißt das Video auch. Oh mein Gott. Jedes Mal, wenn die Eltern schlafen, man leise irgendwas aus der Küche holen möchte. Genau. Ja, wirklich ey. Oh nein. Gurkensohn. Gurkensohn? Ach, das ist unser Gurkensohn. Es ist aus Deutschland. Gurkensohn 98. Ja. Nur der steckt einen Schlauch in den Auspuff rein, was glaube ich unglaublich gefährlich ist. Ja. Und damit es sich anhat wie ein Furz. Du, 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 du. Ese, wie du, äh, äh, äh. Oh nein, oh nein. Das hält doch nicht. Ja, ja. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Aua. Ach du Scheiß, ey. Richtig. Boah, genau wie unser Pool damals. Echt? Das war auch passiert. Nee, aber der wurde so gebaut. Oh nein. Wie arm. Oh nein. Der hat ein Alien-Virus. Oh, was schief ist, ey. Der Hund ist explodiert. Ist der Hund einfach explodiert? Nein. Hahaha. Ich glaube schon, dass der Hund einfach explodiert ist. Wahrscheinlich lachen wir jetzt. Das ist eigentlich der Hund. Es ist einfach true. Er ist einfach so, guck mal hier, mein Herrchen. Hier, hier ist eine Miene. Pamm. Oh. Ma, where did you park the car? Boah. Oh nein. Oh no. Oh nein. Aber sauber. Sauber eingepackt. Das war sauber. Wie konnte das denn passieren? Das war wahrscheinlich so ein neumodernes Tesla. Oh ja. Boah, wie schnell, ne? Ey, das hasse ich. Hahaha. Ja, genau. Ey, immer jedes Mal. Deswegen habe ich aufgehört, eins zu kaufen. Ich hasse das. Ey, ich bin da so im Stress, ne? Ich bin da so... Es ist für mich wie Hauptvideos drehen für YouTube. Ja. So einen Stress habe ich. Ja. So viel Verantwortung habe ich auch, weil die... Alle Leute warten. Oh nein, das Regal fällt mir schon. Hm. Oh, da war was. Eine Katze oder so? Hast du gesehen? Ja. Holy shit. Was? Niemals. Niemals. Hä? Niemals ist das passiert. Ich kenne das Video sogar, merke ich gerade. Dieses wird, glaube ich, einfach zurückgespult dann, oder? Nein, aber die Frau ist ja nicht mehr da, oder? Also... Guck mal, da läuft an der Scheibe jetzt gleich was vorbei. Das ist nur ein Auto, glaube ich. Reflexion von einem Auto. Hä? Never. Also, es ist quasi so, die Flasche ist auf den Boden gefallen und ist dann wieder hoch und hat sich direkt da auch wieder reingehauen. Kannst du es geben? Oh Gott, der passt da echt genau rein. Oh mein Gott, nein. Oh Gott, es ist ungemütlich, da reinzukommen. Oh, eine Katze ist da auch so. Ey, da würde ich, glaube ich, durchdrehen. Ist voll eng. Aber die lieben es. Doch nicht. Für Fotoshooting. Stell dich mal da drauf, sieht cool aus. Hä, was machen wir denn? Ach so, der hat Angst vor dem Hund. Der hat Angst vor dem Hund. Ach so. Ach, witzig. Ich dachte, der post mit dem Hund. Ich dachte, das ist sein Hund. Ach wie witzig. Der hat Angst vor dem Hund. Die vierte Katze. Oh, zwei Katzen noch. Was sie tut, das hätte sie nichts machen wollen. Was wollte die machen? Die wollte ja die andere runterschmeißen. Da hat die andere geschaut und hat sie so getan, dass sie sich die Nägel nur schleifen würde. Ey, das ist so krass. Katzen sind so human einfach. Die sind so human. Richtig gruselig. Richtig gruselig. Ja, so Siblings-Human sind die. Oh mein Gott. Krass, der Druck ist so stark. Alter. Oh mein. Das ist, wenn Männer morgens auf Toilette gehen. Ja. Genau. Ja, das ist die perfekte Umschreibung. That party last night. Ich und meine Familie, wenn wir Urlaub buchen, pauschal reisen, liebe Freunde. Ihr seid am Start. Einfach ein Löwe. Das ist doch ein Liga, ne? Wow. Einfach ein Dromedar. Oh mein Gott. Einfach ein Esel. Voll die schönen Zähne. Voll die. Das ist ja, das ist ja, da war ja Powerbleaching hier unterwegs, oder? Oh. Boah, thailändisch sind die bestimmt. Oh shit. Oh no. Oh shit. Boah, das ist Angst, 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 Angst. Wenn irgendwas in den Schritt will. Oh mein Gott. Boah. Ey, da würde ich auspassen. In den Schritt will und instant kill. Und das ist gerade übrigens die Szene, als ich meine Schwester das Essen damals geklaut habe. Oh, das sind zwei Katzen, jetzt sehe ich. Du hast quasi deine Schwester ins Essen reingedrückt. Ne, sie mich, weil ich sie geklaut habe. Okay, okay. Oh. Oh. So war das. Und dann hast du noch gegessen. Oh. Ja. Ich habe meine eigene Schwester gegessen. Oh. Oh. Oh, der Bär hat mich so im eigenen Essen gedrückt. Ja. Was ist denn das für ein kleiner Tropster? Fein. Oh, eine... Oh, eine... Ach, das ist ein Golfball einfach. Hä? Aua. Oh nein, der ist reingeflogen. Oh, es ist ein Aua. In Australia, we take our road rules very seriously. You better wait for the little green man before you cross the road. You don't want to be run down by a... By a... Yeah, we take our road rules very seriously. Oh. Neulette Katze oder zehnte? Boah. Diesen... Drift-kompatibel. Oh Gott. Oh nein. Boah, beide ermordete. Alter Katzen. Elf Katzen schon. Elf. Zwei. Nee. Also mein Chat sagt elf. Guck mal da, wie der steht. Ach, witzig. Ja. Das ist einfach... Also generell eingeschickt oder in dem Video eingeschickt? Nee, ich habe, ähm... Ich gebe dem, äh, einen Euro immer monatlich. Damit ich in den Credits stehe. Echt? Auch müß! Ich habe den Zeit lang auch 100 Euro im Monat gegeben. Weil ich dachte, ich gebe dem einmal 100 Euro. Echt? Und dann... Dachte... Dann habe ich erst... Dann hat der Chat mich darauf angewiesen, dass ich ihm ja jeden Monat einen Euro gebe. Dann hat er einfach so wenig Videos gemacht, der macht ja einen Video im Monat. Und dann meinte, er will nur 80 Euro haben insgesamt, um seine Stromkosten zu bezahlen. Und dann dachte ich, komm. Oh! Kriegst du 1 Euro. Dann bis morgen. Bis dann! Tschüss! Bis morgen. Ciao, ciao! 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 Ciao!